Musik Also zuerst einmal einen wunderschönen Vatertag oder wunderschönen Sonntag, wie auch immer du diesen Tag heute feierst. Ich habe ein paar schnelle Gedanken gedacht, heute ist ein spontanes Video, heute bei meinem Morgencafé und zwar zum Thema Vaterschaft. Ich bin ja selber zweifacher Vater, bin getrennt, also wir waren auch nie sehr lange zusammen und ich habe meine Kinder immer so über die Distanz gehabt und habe versucht, dieser Verantwortung immer nachzukommen, dieser väterlichen Verantwortung und habe auch versucht, da einen guten Kontakt zu meinen Kindern zu wahren und ich denke, das ist mir gelungen, mein Sohn ist 19, meine Tochter 14 und wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander, jedenfalls laut meiner Anschauung. Was ich allerdings immer wieder, und ich habe auch ein gutes Verhältnis nebenbei bemerkt mit Ex-Partnerin, also das läuft gut, das ist jetzt kein so ein Riesending, da gibt es keine großen Konflikte, also keine Streitereien oder sonst etwas wegen Unterhalt, Alimenten und so weiter. Also es ist da immer alles recht im Großen und Ganzen elegant abgelaufen. Was ich allerdings immer wieder erlebe, und das ist von beiden Seiten, ich erlebe oft einmal Mütter, die sehr enttäuscht von den Vätern der Kinder sind und ich erlebe natürlich auch immer Väter, die sagen, die Mütter sind eine Katastrophe. Und deshalb möchte ich da ein paar kurze Ideen oder Gedanken einfach einmal mitteilen. Punkt 1 ist, du entscheidest alleine, mit wem du dich sexuell einlässt und wenn du dich sexuell einlässt und diese Verantwortung dann auch übernimmst, dann mach dir bewusst, da könnte ein Kind rauskommen. Und ich denke, es ist ein ganz ein guter Ansatz, auch in der Sexualität zu schauen, wenn du mit jemandem schläfst und nur mal durchzuspielen, und das wäre jetzt womöglich, die Finalität wäre da ein Kind, da würde ein Kind entstehen aus diesem Akt, wenn du mit jemandem schläfst, willst du mit dieser Person die nächsten Jahre oder eigentlich die nächsten 20, 25, 30 Jahre wirklich verbunden sein und mit der weiterhin Probleme lösen. Und das gilt für eine Frau genauso wie für einen Mann. Also ich würde mir diesen Gedanken immer bewusst machen, ist das ein potenzieller Elternteil. Einfach mal, um zu prüfen und böse Überraschungen dann auszuschließen. Und ich ermerke es bei beiden Geschlechtern, nach dem klassischen Sprichwort steht die Hose, steht das Hirn, dann lässt man sich von Leidenschaft übermannen oder über Frauen und dann hat man den Salat und steht womöglich mit der Partnerin, mit dem Partner da, wo es dann einfach nicht passt. Also ich würde da einfach einladen, schon mal da zu mir Achtsamkeit, mit wem lasse ich mich sexuell ein. Das zweite ist, aus meiner Sicht, ist wirklich dieses Thema, sich als Vater bewusst zu sein. Und das geht jetzt wirklich auch um die Männer. Eine Vaterrolle muss meiner Meinung nach verdient werden und die ist nicht so vorgegeben wie eine Mutterrolle. Eine Mutter geht zumindest einmal neun Monate, egal was das dann für eine ungenötige Person sein mag, aber sie geht schon mal neun Monate in Vorleistung und bringt dann das Kind auf die Welt. Das heißt, die hat eigentlich das Thema Mutter ganz biologisch abgeschlossen. Emotional reden wir jetzt nicht, wir reden jetzt rein vom biologischen Akt. Die Frau schließt in neun Monaten das Mutterthema ab, also sie wird von der Frau zur Mutter und damit hat sie ihre Rolle als Mutter mal erfüllt. Alle emotionalen und gesellschaftlichen Normen, die dann damit einhergehen, sind jetzt nochmal auf die Seite gestellt. Was trägt denn ein Mann dazu bei, zu einer Schwangerschaft? Und ich sage da auch immer in meinen Seminaren und Kursen für einen Mann, macht es keinen Unterschied, ob der jetzt in ein Taschentuch kommt oder in einer Frau. Rein vom Akt her bitte. Ich rede jetzt nicht von den Emotionen. Das heißt, der Beitrag eines Mannes, ich habe ein Kind gezeugt, na gratuliere. Also in der Pubertät könntest du wahrscheinlich am Tag vier, fünf potenzielle Kinder zeugen. Also insofern ist das jetzt nichts Besonderes. Besonders wird es dann, wenn du Verantwortung übernimmst. Und es geht darum, bei jedem Mann die Verantwortung zu übernehmen. Die Verantwortung als Mann, Partner und Vater, genauso wie die Verantwortung bei der Frau, Frau, Partnerin und Mutter sein sollte. Und du musst dir anschauen, welche Aspekte lebst du gut und welche, wo hast du vielleicht Potenzial? Vielleicht bist du ein wunderbarer Vater, aber kein besonderer Partner. Vielleicht bist du ein super Partner, aber nicht der beste Vater. Also überlegst dir einfach mal, wo sind denn da deine Gewichtungen und was ist dir wirklich wichtig? Aber mach jetzt nicht den Fehler und nur sagen, ich habe jetzt ein Kind, naja, das ist jetzt evolutionär nicht der großartigste Akt der Welt und auch nicht die großartigste Leistung, sondern es ist einfach mal Biologie und da ist es halt mal gut gegangen. Das heißt, ich würde mich jetzt auf Vaterschaft nicht versteifen, aber sehr wohl auf die Verantwortung, die ich meinen Kindern oder meinem Kind gegenüber übernehme. Und ich denke, da ist es wichtig und das prägt auch den Charakter von Männern, wenn man Verantwortung für ein Kind übernimmt oder auch womöglich für eine Partnerin auch übernimmt. Das ist charakterprägend und das finde ich sehr, sehr wichtig. Das klingt jetzt vielleicht in der modernen Gesellschaft ein bisschen altbacken und altmodisch, aber ich denke, ein Mann sollte sich seiner Verantwortung bewusst sein, sollte ganz klar Verantwortung übernehmen für die Kinder. Das heißt, was ich mir ausmache, da tauche ich auf, das ist verbindlich. Auch wenn du nicht mit deinen Kindern zusammenlebst, dass du Rituale machst, dass du sagst, von bis bin ich für meine Kinder da. Wenn du sagst, du holst die Kinder vom Kindergarten ab, dann sei da und hol sie ab und lass sie nicht stehen. Und das klingt jetzt vielleicht so völlig gaga für dich, aber ich höre das in Sitzungen immer wieder. Stehengelassene Kinder, vergessene Kinder, Kinder, um die sich nicht gut gesorgt wird. Also da würde ich einfach einladen, nimm deine Verantwortung an und nimm deine Verantwortung wahr und sei ein Mann und werde zu einem Mann. Eine Frau wird automatisch zur Mutter. Ein Mann muss in der Vaterschaft reifen. Und deshalb glaube ich auch, dass dieser biologische Vater, wenn männliche, gute Bezugspersonen im Leben eines Kindes sind, nicht unbedingt so die Biologie so schlagend wird. Die ist dann schon natürlich interessant, auch im Familiensystemischen, aber letzten Endes geht es um zuverlässige, männliche, erwachsene Personen, genauso wie um zuverlässige, weibliche, erwachsene Personen. Und ich erlebe es halt immer wieder, dass Personen dann Kinder bekommen, die irrsinnig überfordert sind, die noch nicht ganz in ihrer Kraft sind, in ihrer Stärke sind. Und ich lade dich so an diesem Vatertag heute dazu ein, in deine Kraft zu gehen, in deine Verantwortung, in deine männliche Kraft zu gehen. Und auch umgekehrt in die weibliche Kraft und weibliche Verantwortung zu gehen. Und Kinder, es ist ja wirklich so, sie wachsen von selber, und das sage ich dir jetzt als Vater eines 19-jährigen Sohnes, wo ich nicht weiß, wo diese letzten 20 Jahre hingekommen sind fast. die wachsen von selber und entwickeln sich zu großartigen Menschen, die haben tolle Potenziale, aber sie brauchen einfach diese Sicherheit und dieses Vertrauen, dass sich diese Potenziale auch entfalten können. Und so sind deine Kinder nicht deine Kinder, du bist nicht der Vater von, und du besitzt dieses Kind, sondern dein Kind ist ein eigenes Wesen, aber es lernt von dir Zuverlässigkeit, und es lernt von dir Sicherheit als Vater. Und diese Zuverlässigkeit und Sicherheit und auch diesen Mut, dann das Leben zu bestreiten, das ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Und wenn du dein Kind noch siehst als Belastung oder du hast nicht so wirklich einen Zugang dazu, dann ist das völlig okay, aber dann sei ehrlich mit dir. Dann sage einfach, ich kann mit dem Kind jetzt so nichts anfangen, nicht zu viel anfangen, und dann hol dir Hilfe, dann hol dir einfach, dann bilde dich da weiter. Es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Bilde dich einfach weiter, sag, was kann ich denn anfangen, wie kann ich kreativ mit meinem Kind umgehen, wie kann ich kreativ Zeit mit meinem Kind verbringen. Das lernst du ja nirgends. Wo glaubst du denn, kommt es her? Und wenn du womöglich selber noch ein Typ bist, der selbst keine so besonderen Hobbys hat oder selber nicht so inspiriert ist, der viel am Handy hängt, der sich viel, keine Ahnung, Netflix reinpfeift oder sonst was, dann ist es klar, wo soll denn dann irgendwo die Bespaßung des Kindes herkommen. Und deshalb würde ich dich einladen, bilde dich auch weiter im Sinne von Männlichkeit, männlicher Verantwortung und auch Verantwortung als Vater zu übernehmen und natürlich auch als Partner und als Mann. Und das heißt nicht, dass das jetzt irgendwie ein Bashing sein soll auf Männer oder auf Frauen, sondern ich denke einfach zu unserer durchwachsenen, unsicheren Zeit, wo sich so viel verändert, wo keiner mehr klar sagen kann, um was es geht, dann denke ich, ist es wichtig, dass du eine Person bist, auf die man sich verlassen kann. Und das ist dann unabhängig vom Geschlecht, ob Mutter oder Vater oder sonst was. Aber wenn deine Kinder das Gefühl haben, du bist für sie da, sie können sich auf dich verlassen, dann denke ich, hast du schon einen großartigen Schritt in die richtige Richtung getan. Und ich wünsche dir jetzt zu diesem Sonntag, diesem Vatertag, einfach alles Gute und ich wünsche dir auch, dass du in deiner Kraft, in deiner Verantwortung bist und auch wenn es dir momentan zu viel wird, wenn dir die Kinder momentan über den Kopf wachsen oder wenn du sagst, du möchtest einfach deine Ruhe haben, dann hol dich dort ab und sag, in welchen Rahmen passen die Kinder da jetzt rein. Und das würde ich dir wirklich empfehlen. Und sei da ehrlich mit dir und lerne Vaterschaft, lerne Mutterschaft. Hab da keine Scheu. Es gibt wunderbare Eltern, es gibt wunderbare pädagogische Kurse, Bücher und dann bilde dich einfach weiter. Denn das ist nichts Selbstverständliches. Biologisch kann jeder pubertierende Knabe schon Vater werden. Also das ist jetzt keine Kunst. Die Kunst ist es dann wirklich, da zu sein, klar zu sein, kraftvoll zu sein und ich denke, zuverlässig zu sein. Lass mir gerne einen Kommentar da und ich bin gespannt, was du zum Thema, ich bin gespannt, was du zum Thema Vaterschaft zu sagen hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Ehrony. Tschüss, bis nächstes Mal. Untertitelung des ZDF, 2020